Hallo zusammen! Ich habe gedacht, ich mache mal ein kurzes Video, weil ich gerade im Garten bin und arbeite. Und ja, dann zeige ich euch mal, warum ich alles so anhabe, was ich anhabe. Und zwar habe ich mich eingesprüht mit Mückenspray, weil ich eh jedes Mal angefallen werde von 100 Mücken, weil dieses Jahr ist total schlimm. Ich habe immer Ohrenstöpsel drin, nicht nur wegen der Musik, sondern auch einfach damit diese kleinen Pissfliegen, die hier rumfliegen, dass die da nicht reingehen. Und jetzt habe ich heute angefangen, Mund- und Nasenschutz zu tragen, weil das Schlimmste ist, wenn man am Laufen ist, den Mund auf hat und dann halt Fliegen da reinfliegen, also Suizid begehen. Und das ist halt schon richtig schlimm. Und beim Arbeiten, man ist hier umgeben von gefühlten 20 und mehr Fliegen. Ich weiß gar nicht, ob man es auf dem Film nachher so sieht. Aber es ist so nervig, das macht einem psychisch irgendwann so kirre. Ja, ansonsten habe ich schon einiges geschafft. Ihr habt ja jetzt gestern oder die letzten paar Tage das Video aus Ebony gesehen. Jetzt wieder voller Energie dabei. Heute wieder gekocht und jetzt ein bisschen Gartenarbeit. Und wenn ich die hier nicht alle psychisch fertig machen, werde ich das auch noch weiter durchziehen. So circa zwei Stunden. Und danach werde ich vielleicht im Haus nochmal ein bisschen putzen. Und das war es dann für heute. Ich könnte mich jetzt einfach begleiten bei der Gartenarbeit und ich schneide einfach mal so ein bisschen zusammen, was halt so läuft die Tage. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Ja, das war es. Ja, das war es. Ja, das war es.